Ja, einen wunderschönen Abend, meine Lieben. Wir wollen jetzt gleich in die Tagesbotschaften für morgen schauen, den 22., den Donnerstag. Ja, wie ich aus euren Nachrichten gesehen habe, warten einige immer noch auf die erhoffte Nachricht. Einige haben eine Nachricht bekommen, auch wenn nicht bei jedem die erhoffte. Aber was ganz, ganz wichtig ist und was ihr nicht vergessen dürft und was ihr auf gar keinen Fall tun sollt, ist in die Hoffnungslosigkeit verfallen, das Vertrauen verlieren und für euch nicht weitergehen. Und ganz wichtig, bleibt, wie ihr seid, denn jeder von euch ist einzigartig und wunderbar, genauso wie er ist. Bleibt im Vertrauen, gebt die Hoffnung nicht auf. Ich sage ja immer in meinen anderen Readings, das Universum spiegelt das, was wir nach oben geben, das bekommen wir gespiegelt wieder zurück. Also bitte, bleibt gut gelaunt, geht für euch weiter, auch wenn ihr gerade in einem Tal seid. Lebt euer Leben, klebt nicht traurig auf dem Sofa und ja, wenn ihr rausgeht und lächelt, lächelt die Welt zurück, so ist es tatsächlich. Jetzt schauen wir in den Donnerstag, welche Energien da morgen am stärksten sind. Uiuiui, da fallen schon drei direkt raus. Jesus Gott, was ist los? Also morgen scheint Action angesagt zu sein. Wir haben das Buch, die Liebe, ja, 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 der Herr, der da drauf schaut und das Schiff. Okay, wir sind wieder voll im Thema. Ich kann nichts dafür für diejenigen von euch, die schon mal geschimpft haben. Mensch Aurora, es geht immer um die Liebe. Liebe, das sind Kollektivenergien und ja, für ganz, ganz viele geht es nun mal, ja, sehr, sehr viel um die Liebe. Ja, das Geheimnis, da soll sich jetzt etwas lüften. Das Buch liegt mit der offenen Seite nach außen und zwar soll sich im Thema Liebe etwas lüften. Ein Geheimnis soll, ja, keins mehr sein. Euer Gegenüber schaut auf die Liebe und auf das neue Kapitel, das Geheimnis, was er jetzt lüften möchte. Er möchte ein neues Kapitel angehen, aufschlagen. Er hat den Kurs gesetzt oder sie, ihr wisst, ihr Herren, ihr dreht es euch bitte um. Die Segel sind gesetzt, er weiß jetzt, wohin er möchte. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das Schiff ist nicht das schnellste Gefährt, sage ich immer. Da sind die Gedanken auf jeden Fall da. Er hat auch, ja, die Umsetzung im Kopf. Er möchte sich bewegen. Ob das aber gleich morgen startet, ist eine andere Frage. Denn wie gesagt, das Schiff nicht das schnellste Gefährt. So, hier haben wir gleich schon mal eine noch bekommen. Und jetzt schauen wir mal weiter. Auf jeden Fall super schöne Energien. Wenn da jemand bereit ist, ja, ein neues Kapitel in der Liebe aufzuschlagen, auch mal richtig darüber zu sprechen, was da für Gefühle sind. Und auch wenn es noch ein bisschen dauern mag. Das Schöne ist, dass da sich jemand in Bewegung setzen möchte. Schauen wir weiter. Zwei Karten hätte ich gerne noch. Und eine noch. Ja, die Würfel sind gefallen, meine Lieben. Denn es ist Zeit. Er weiß, dass es Zeit ist. Wow. Oh mein Gott. Kriegt gerade eine Gänsehaut. Okay. Der Bär. Er hat jetzt die Stärke, sich zu bewegen. Den Mut auch. Der Bär ist ja stark, autoritär. Und ja, hat eigentlich so gut wie vor nichts Angst. Und diese Kraft hat euer Gegenüber jetzt gefunden. Andererseits ist der Bär auch die Seelenverbindung. Also er spürt diese tiefe Verbindung. Vielleicht gab es bei euch gerade einen Stillstand. Aber da möchte sich jetzt jemand bewegen. Denn euer Gegenüber weiß jetzt ganz genau, es ist an der Zeit. Wenn ich mich jetzt nicht bewege, wenn ich nicht aus dem Quark komme, dann ist sie oder er vielleicht am Ende weg. Gut möglich. Wir haben wieder, gestern ist der Hund auch schon gefallen in Bezug auf tiefe Gefühle. Gut möglich, dass da jemand wieder, sagen wir mal, freundschaftlich anklopft. Die Lage erst mal abcheckt. Wie steht ihr denn noch zu ihm oder ihr? Knallt ihr ihm gleich die Tür vor der Nase zu? Oder hat er oder sie da noch eine Chance? Auf jeden Fall sind für euren Gegenüber die Würfel gefallen. Er oder sie möchte sich jetzt bewegen. Die Liebe, ja, dir gestehen. Also mega schöne Karten. Also, ja. Mein Herzchen klopft. Ich hoffe, euers auch. Und ihr grinst jetzt gerade ein bisschen. Für diejenigen auf jeden Fall, die, ja, auf so ein Ergebnis hoffen. Und für die Singles unter euch ist es genau so möglich, dass jemand, war gestern schon so, ein Auge auf euch geworfen hat, Gefühle für euch hat, ja, und euch diese jetzt gestehen möchte. Vielleicht klopft er, wie gesagt, auch freundschaftlich erst mal an. Und möglicherweise, so war es ja in den letzten Tagen auch schon, ist es tatsächlich ein Freund, der mehr für euch empfindet und bis jetzt einfach, ja, noch nicht die Stärke hatte, euch das zu gestehen. So, zwei Energien. Hätte ich also jetzt noch eine. Und dann schauen wir mit den Tarotkarten mal weiter, was die noch sagen. Bekomme ich noch eine. Jawohl. Ups. So. Ja, ein neuer Lebensabschnitt. Die Aufregung hatten wir auch. Und die Schlange. Die Schlange kann bei einigen von euch bedeuten, da gab es noch eine dritte Person, die einfach ein Hindernis war. Ja, möglicherweise war euer Gegenüber noch in einer Beziehung, möglicherweise waren da andere Personen, die in eure Richtung einfach mal ein Stück weit Gift gespritzt haben. Die Schlange ist aber nicht nur die Rivalin oder der Rivale, nein, die Schlange zeigt auch den langen Weg an. Ja, könnte also auch sein, dass es bei euch schon länger so geht, dass ihr nicht wirklich wisst, ja, was will er sie überhaupt, liebt er sie, blub, mich wirklich oder was geht da. Euer Gegenüber ist noch ein bisschen nervös, ne, hat noch ein bisschen die Hosen voll. Das zeigen die Vögel, die Vögel sind Aufregung und Angst, ja, so ängstlich. Also vielleicht deswegen, das Schiff bereitet alles mal vor, denn er hat so ein bisschen Angst. Wie gesagt, kommt erst mal auf die freundschaftliche Ebene rüber, dass du ihm tatsächlich die Tür vor der Nase zuknallst. Denn er möchte jetzt in einen neuen Lebensabschnitt mit dir gehen. Der Baum ist Stabilität, die Wurzeln tief in der Erde, oben wächst und gedeiht es wunderschön. Und ihr wisst hier, der Regenbogen, am Ende des Regenbogens ist der Goldtopf mit der Fülle. Also da passiert für einige von euch wirklich etwas Wunder, Wunderschönes. Und ich wünsche jeden, der auf so etwas wartet, dass es in Erfüllung geht. Was sagen die Tarotkarten noch dazu? Für morgen Donnerstag. Also da wird der erste Stein auf dieser Reise gesetzt. Wie gesagt, der Schiff, der Schiff, der Schiff fahrt langsam. Nein, das Schiff ist das Zeichen, dass das Ruder in die Hand genommen wird. Damit der Kurs klar ist und man jetzt lossegelt. Was darf ich mit den Tarotkarten noch für Botschaften überbringen? Da ist jemand ein Licht aufgegangen. Da ist Feuer dahinter. Da ist Leidenschaft dahinter. Da möchte jetzt etwas umgesetzt werden. Das Ast der Stäbe ist die Chance auf eine Bewegung. Stäbe, Bewegung und hier sieht man es. Da brennt jemand förmlich für euch. Da möchte es raus. Vielleicht seid ihr das auch gerade so. Wenn ihr dieses Video anguckt, passiert eh nichts mehr. Alles ist doof, was die Aurora da erzählt. Da kommt keiner zurück. Der meldet sich nicht. Der liebt mich nicht. All solche Dinge. Aber schaut mal, da wird euch ein Kelch gereicht. Da wird euch ein Kelch mit Liebe gereicht. Also gebt die Hoffnung nicht auf. Bleibt im Vertrauen. Jetzt ist auch noch der König der Stäbe gefallen. Wir haben das Ast der Stäbe, die Bewegung. Und der König der Stäbe, der bewegt sich sowieso. Der hat auch von nichts Angst. Der ist mutig. Der geht jetzt seinen Weg. Der ist ein König. König heißt Stabilität. Kein Ritter, kein Page. Was ich immer so sage beim Ritter. Der schaut sich noch ein bisschen um, ob es irgendwo noch das Gras grüner ist. Aber der hier, der will jetzt. Der lässt sich von nichts abhalten. Nicht mal von dem Löwen, der hinter ihm steht. Und da weiß es jetzt jemand. Vielleicht in den letzten Wochen, Monaten wusste dieser Mensch nicht, soll ich den Kelch umdrehen? Ja oder nein? Hatte Angst, dass es in die Hose geht. Schau mal, hier haben wir wieder die Schlange. Dass die Schlange ihn beißt. Aber jetzt ist die Entscheidung gefallen. Er möchte zu seiner Liebe stehen. Und das ist super, super schön. Okay. Wenn es hier so eindeutig um die Liebe geht, dann fragen wir noch ganz schnell die kleinen Herzorakelkarten. Oh, was die zu sagen haben. Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Lausche in dich hinein. Finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Das hat jemand getan. Hier, ne? Da hat jemand wirklich in sich hineingelauscht. Und, oh, ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Das ist die Botschaft für morgen, meine Lieben. Bleibt im Vertrauen. Da kommt jemand auf euch zu. Der Ritter ist zwar nicht auf dem Pferd unterwegs, eher auf der Schildkröte. Aber er oder sie bewegt sich. Und das ist wunderschön. Ich drücke euch jetzt ganz fest die Daumen, dass alles für euch in Erfüllung geht. Wie immer, teilt dieses Video gerne. Schreibt mir in die Kommentare. Und wenn ihr noch kein Abo habt, drückt das Glöckchen. Kostet euch keinen Cent. Ich freue mich, euch morgen hier wieder zu sehen. Und für euch Singles natürlich. Denkt dran, da könnte jemand ums Eck kommen und euch sagen, hey, ich empfinde wirklich viel für dich. Bis morgen. Tschüss. Tschau. 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 Vielen Dank.